Hallo liebe Tennisfreunde, heute grüße ich euch von den BMW Open bei American Express. Wir sind gerade hier bei unserem schönen Tennisturnier, EDP-Turnier in München. Aber bald komme ich wieder zum Stangewirt, nämlich am 14. und 15. Juni. Dort geht es dann natürlich um Tennis. Wir werden da viel Spaß haben am Tenniscourt und natürlich auch viel über Tennis sprechen. Ich freue mich, euch dann dort zu sehen und wünsche euch dann alles Gute. Viel Spaß am Court, bleibt am Ball und wir sehen uns dann hoffentlich im Stangewirt mit viel zusammen. Genau, ich bin der Philipp Azzard, der Tennisdirektor im Stangewirt. Wir würden uns riesig freuen, euch willkommen zu dürfen. Es wird ein kleines, intimes Camp mit maximal 8 Leuten. Es wird ganz toll sein, weil wir haben ja die schönsten Tennisanlagen in der Welt mit den schönen Außenplätzen von Stangewirt, ein wunderschöner Luxushotel im Hintergrund, ein schöner Abendessen mit Patrick und unglaubliches Training mit unserem erfahrenen Team und so weiter und so weiter. Wir würden uns riesig freuen, euch dabei zu haben. Bis dann, alles Gute. Danke.